Sieht man was? Fick. Was geht Freunde? Herzlich Willkommen zu meinem Blog. Wieso habe ich Maske an? Sehr stark von Tishal, dass er vergessen hat, das Intro weiterzuführen. Deswegen sage ich euch das hier. Lasst ein Like und ein Abo da und checkt auch gerne seine Social Media Kanäle ab. Links in der Videobeschreibung. Und viel Spaß mit dem Video. Ja Freunde, sind wir im Bonhoff an gekommen? Jo Freunde, was ist denn da? Nein. Freunde, wir haben nur vier Minuten. Es geht nicht ein, weil die Checklist, was ist das? So, warte jetzt. Perfekt. Oder wenn das nicht geht, Alter. So geht es nicht. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Davon auf jeden Fall ist wieder... Seiten auf Sifra. Freunde, wir haben jetzt 12.15 Uhr. Ich bin um 10.50 Uhr hergekommen. Wie viele Leute da waren. Auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil es so viele Leute laufen hier durch und die denken, ich bin bei mir. Erst als ich am Einkaufen war, ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, das Blatt zu fotografieren, wo drauf stand, was ich alles brauche. Freunde, ich habe vergessen, das Blatt zu fotografieren. Jetzt weiß ich nicht, was ich alles brauche, das ist scheiße. Was haben die mit dem Laden gemacht? Das sind keine Website hier, oder was? Ja, egal. Ich weiß drauf, ja. Wir gehen jetzt in einen anderen Laden. Ja. Ja. Freunde, wie konnte man so hart fehlen wie ich gerade. Ja. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt in einen anderen Laden gehen. Tja, wieso ist das? Wo ist das? Die waren Baustelle, Freunde. Freunde, kommt euch das irgendwie bekannt von dieser Wand? Tja, warte, warte, warte. Ich zeige es jetzt schon so. Freunde, für die Leute, die nicht wissen, was da ist, da haben wir YouTuber dafür gedreht. Und ja, 300.300 Aufruf, Digger. Freunde, ich verstehe hier gar nicht Zeit, die Topik zu reden. Was muss ich mir überlegen? Bleistift, ja. Warte mal. Ich habe die Sachen gekauft, wir sehen uns wieder zu Hause. So, Freunde, ich habe diese zwei Sachen jetzt und die ZBs, die können sie abreißen, Freunde. Perfekt für eure Mitschüler, meine Mitschüler. So, jetzt kommen wir zu den Stiften drin, ne? Ich brauche alles außer B und 6B, perfekt. Oha, sogar spitze, ne? Ja, spitze. Könnt ihr die brauchen, falls... Ihr müsst immer an eure Klassenkamera denken, Freunde. Denn, so punkte die am besten bei denen, an meine Klassenkamera. Falls ihr das Video seht, bitte klaut dich bei den Stiften, okay? Oder kennt ihr diese Momente? Ich leine das so lange aus, dass sie das zurück ausleiten. So, diese Leute, die erst nachdem du aufgestuhlt hast, so Schulter genommen hast, gerade mit rausgehen willst nach Hause. Hier, dein Stift. Das finde ich eben richtig weird. Letztes Jahr, ich hatte alles doppelt, Freunde. Ich hatte zwei Radiergummi, zwei... Ich hatte sogar zwei Scheren, keine Ahnung von wo. Dann hatte ich zwei Leimstifte, zwei Bleistüte, zwei Kugelschreiber, zwei Füller. Freunde, jetzt habe ich nur noch einen Füller, einen Leimstift und eine Schere. Und Freunde, ich habe einen Tinkpiegel, der hätte ich von mir gehört. Und dann spitze von meinem kleinen Bruder genommen. Freunde, ihr nehmt die Qualität, oder? Ja, auf jeden Fall, wir nehmen jetzt die Stifte. Ja, 4B. Worf ich jetzt? Wir machen ja alles hier oben rein, Freunde. Ja, ich möchte extra ein bisschen Werbung machen. T-Shirt-Talk, DFB, der Tierhuis. Mal kennen sie, Freunde. Wenn ihr merkt, dass sie halt einfach... Weil die sehen ja gleich aus, oder? Ich merke da keinen Unterschied. Ich lege einfach mal zwei vier Kasten-Kamera mit. Ich weiß schon, dass... Irgendjemand würde sie vergessen, Digga. Und diese zwei machen wir einfach so immer. Echt wie weit. Bam! So geht das, Freunde. Und dann, in so einem Tag schon. Fertig geplant. Freunde, ich zeige euch schon mal, was ich bekommen habe. Ich habe so viele Blätter bekommen, Freunde. Das sind, glaube ich, mal zwölf Blätter oder so. Kann das sein? Elf, zwölf, dreizehn. Ich habe noch meinen Stundenplan hier abgeholt. Freunde, 13 Blätter schicken die mir. Was wollt ihr von mir? Ich habe eine Liste bekommen, wann ich Termine... Was für Termine ich habe. Hey, guck, guck dich das an. Ich habe Termine. So viele Termine habe ich. Ciao, Freunde. Ich habe richtig chillige Klassenkommaren, Alter. Nicht so... Richtige, so... Strebe, Alter. So richtig... Also strebe, was mir strebe. Schrebe sind. Aber so chillige, so. Jo, was geht, was geht, jo. Freunde, das war's mit dem Vlog. Wenn ihr das öfter sehen wollt, muss ich mich über einen Like freuen, Freunde. Ich weiß nicht, ob die Blake schon okay ist. Ich habe hier ein Licht. Hier oben ein Licht. Und hier ein Licht. Und hier ist auch ein bisschen besser. Keine Ahnung. Lass auf jeden Fall einen Like da, Freunde. Aber nicht vergessen, aktiviert die Vlog, damit kein Video passt. Und jo, darf ich mir sagen, das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.